Hallo meine Frau, Freunde und Kumpels, wie geht's, wie steht's? In meinem letzten Halloween-Event-Video musste ich ja leider feststellen, dass dieser Bauplan für die Graue ja irgendwie verbuggt ist, dass es irgendwie nichts gebracht hat, 16 Sachen zu sammeln. Und viele von euch haben ja auch geschrieben, dass ihr dieselbe Probleme habt. Und dafür gibt es tatsächlich eine Lösung, die genauso einfach wie beschissen ist, weswegen ich persönlich auf die Waffe verzichte und die echt nicht mehr freischalten will. Aber vielleicht möchte das ja der eine oder andere von euch, deswegen mache ich dieses Video. Und bevor ich dazu komme und euch das erzähle, würde ich mich natürlich wie immer über ein Abo freuen, ne? Ist ja klar. Ja, wie man hier bei mir sieht, ich habe 16 von 16 Sachen gesammelt und bekomme die Waffe trotzdem nicht, was auch viele von euch haben. Und es kann tatsächlich sein, dass auch wenn ihr da ein Häkchen habt, dass ihr die Sachen trotzdem noch nicht aufgesammelt habt, beziehungsweise das Spiel denkt, ihr habt die noch nicht und das irgendwie nicht zählt, was diesen ganzen Bug auch erklärt oder wie dieser ganze Bug auch zustande gekommen ist. Und die Lösung dafür ist echt nicht schön. Ihr müsst, wenn ihr ganz viel Langeweile habt, euch einfach mal eine Liste erstellen mit allen Locations und diese dann nach und nach noch einmal abklappern. Und mit ganz viel Glück bekommt ihr dann bei 1 oder 2, je nachdem wie viele euch eigentlich im Prinzip fehlen, bei den Locations dann doch nochmal was raus und schaltet somit die Waffe frei. Oder was ich auch gelesen habe, was ich aber sehr unwahrscheinlich finde, ist, dass die Waffe einfach so denn aus irgendeiner Kiste droppt. Aber so war das Event ja eigentlich gar nicht gedacht, beziehungsweise steht das nirgendwo. Deswegen finde ich das eigentlich auch völligen Quatsch. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall, wer unbedingt diese Waffe haben will, sollte dann wirklich nochmal alle 16 Locations abklappern und es so nochmal erneut versuchen oder darauf hoffen, dass es irgendwann gepatcht wird. Aber ja, wie ich jetzt schon tausendmal erwähnt habe, ich persönlich habe gar keinen Bock mehr auf die Waffe. Da quirlt man sich den ganzen Tag ab und sammelt diesen Bums zusammen und dann kriegt man am Ende nicht mal was dafür. Also Call of Duty hat immer tolle und innovative Ideen, aber funktionieren tun die meisten davon leider nie. Echt schade, ne? Aber was ich dazu auch nochmal sagen kann, ne? Ich finde sowieso, wenn das Halloween-Event vorbei ist, wen juckt denn da noch eine Kürbiswaffe, ne? Ich finde die Military Base Bauplan E viel, viel geiler. Ich meine, die Oden ist jetzt nicht so die Top-Waffe, aber der sieht auf jeden Fall Hammer aus und den kann man auch außerhalb von Halloween gerne spielen. Sieht gut aus, also feiere ich eher am meisten. Dafür hätte ich das tatsächlich nochmal alles gesucht, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Und ja, das Video ist nicht lang. Infovideos sind bei mir nie lang. Man braucht den Bums ja nicht unendlich strecken. Falls ihr aus Frust das Video disliken wollt, ich habe gelesen, gelesen, gelesen und mein Bestes gegeben. Mehr kann ich euch leider wirklich nicht sagen. Entweder es wird gefixt, ihr kriegt die noch oder was weiß ich. Also einfach alles nochmal suchen, wer wirklich unbedingt diese Waffe haben will. Und ja, das war es dann an der Stelle. Haut da rein und tschüss.